Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger, und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eure Arbeit in OneNote mit Seitenvorlagen erleichtern könnt. Wir wollen uns dazu vier Sachen anschauen. Zum einen, wie ihr vorhandene Seitenvorlagen, die es in OneNote schon gibt, verwendet, wie ihr eigene Seitenvorlagen anlegt, wie ihr eine Seitenvorlage zum Standard für diesen Abschnitt macht, und zum Schluss noch, wie ihr den Standard wieder auf eine leere Seite zurücksetzen könnt. OneNote bringt schon diverse Seitenvorlagen mit. Das heißt, ihr seid es im Moment gewöhnt, wenn ihr auf Seite hinzufügen klickt, eine leere Seite zu bekommen. Über das Menü Einfügen und den Befehl Seitenvorlagen – Seitenvorlagen habt ihr eine Auswahl aus Seitenvorlagen, die OneNote euch schon zur Verfügung stellt, sei das zum Beispiel fürs Büro, eine Projektübersicht mit verschiedenen Informationen, die für ein Projekt hilfreich sein könnten, oder auch eine persönliche Sitzungsnotiz mit bestimmten Informationen, die für eine Sitzung interessant sein könnten, aber auch eine Aufgabenliste, eine einfache Aufgabenliste, eine nach Prioritäten und so weiter. Ihr seht, jedes Mal, wenn ich hier eine der Vorlagen anklicke, entsteht eine neue Seite auf Basis dieser Seitenvorlage. Das wäre die Nutzung der vorhandenen Seitenvorlagen. Jetzt ist die Frage, wie lege ich eine eigene an? Dazu ist der Weg so, dass ihr erst mal eine Seite anlegt, so wie ihr sie haben wollt, und dann daraus eine Seitenvorlage macht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, mir gefällt so eine Aufgabenliste, aber ich möchte für meine täglichen Aufgaben hier bestimmte Dinge schon drinstehen haben, zum Beispiel Projekt XY im Blick behalten, E-Mails checken und so weiter. Ihr wollt diese Aufgabenliste als Standard für euch später verwenden, dann legt ihr erst mal diese Seite als Seitenvorlage an. Das macht ihr auf demselben Weg, einfügen, Seitenvorlagen, Seitenvorlage, und dann hier rechts unten aktuelle Seite als Vorlage speichern und gebt dann einen Namen ein, zum Beispiel meine tägliche Aufgabenliste. Ihr könnt noch überlegen, ob das die Standardvorlage werden soll. Das machen wir im Moment aber nicht, sondern wir speichern die erst mal so. Jetzt entsteht in den Vorlagen ein neuer Abschnitt, nämlich meine Vorlage. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann erscheint eine neue Seite mit dieser Seitenvorlage. Damit man das gut sieht, lösche ich die hier gerade noch mal. Ihr seht, wenn ich jetzt auf meine tägliche Aufgabenliste klicke, dann erhalte ich eine neue Seite auf Basis dieser Seitenvorlage. Wenn das ein Abschnitt ist, in dem ich vielleicht all meine täglichen Aufgabenlisten pflegen möchte, dann will ich vielleicht, dass diese Aufgabenliste als Standard als neue Seite eingerichtet ist. Das mache ich folgendermaßen. Ich mache einen Rechtsklick auf die bestehende Vorlage und wähle als Standard für diesen Abschnitt festlegen. Wichtig ist, sie ist dann wirklich Standard für diesen Abschnitt. Das heißt, sie gilt auch für andere Personen, die in diesem Abschnitt neue Seiten anlegen. Das heißt, für all die Leute, die jetzt in diesem Abschnitt neue Seiten anlegen, wenn sie auf Seite einfügen, hinzufügen, klicken, dann entsteht eine neue Seite auf Basis dieser Seitenvorlage. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Anlegen der eigenen Seitenvorlagen. Hier ist ja so schön ein Bild im Hintergrund. Das ist eigentlich ganz einfach. gemacht, nämlich über einen Rechtsklick Bild als Hintergrund festlegen. Das heißt, wenn ihr so was selber macht, ihr seht, das ist einfach ein Bild. Das Bild legt ihr an, ihr legt es in die Seite und macht dann einen Rechtsklick auf das Bild und Bild als Hintergrund festlegen. Dann habt ihr es als grafisches Hintergrundelement. Manchmal kann es auch ganz hilfreich sein, dass man im Hintergrund bestimmte Farbe hat. Wenn man zum Beispiel hier einen grünen Abschnitt hat, dass alle Seiten da drin grün entstehen. Da habt ihr hier unter diverse Seitenformate solche Seiten mit einem Hintergrund. Die könnt ihr euch aussuchen, könnt die gestalten und dann über aktuelle Seite als Vorlage speichern, die zu eurer Standardvorlage machen. Jetzt ist die Standardvorlage hier meine Aufgabenliste, meine tägliche. Ich möchte wieder eine leere Seite einstellen. Dazu wähle ich wieder über Einfügen, Seitenvorlagen, Seitenvorlagen, hier rechts unten bei Immer eine bestimmte Vorlage verwenden, über den Listenpfeil, in der Liste ganz oben den Eintrag, keine Standardvorlage. Bestätige mit Ja. Wenn ich jetzt auf Seite hinzufügen klicke, dann habe ich wieder eine normale leere Seite. Ich bin gespannt, wofür ihr Seitenvorlagen gut verwenden könnt. Schreibt gerne eure Ideen und eure Anwendungsbeispiele in die Kommentare. Wenn ihr Fragen zum Nutzen von Seitenvorlagen habt, schreibt die auch gerne in die Kommentare. Ich beantworte die. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Ich freue mich, von euch zu hören. Das war's für heute. Ciao, euer Arno!